so liebe puzzle freunde herzlich willkommen zu dem miniatur spiel im großformat was oder auf deutsch willkommen zu neck genau und jetzt geht hier runter damit hier hinten war glaube ich nein hey nika tschuldigung Immer langsam, Freund. Immer langsam. Ach, Kacke. Da bleibt man doch nicht kleben, hä? Hey. Geil. Nigger. Entschuldigung. Ich darf nicht so oft Nigger sagen. Ei. Heitens Maul. Yeah, noch ein Special. Zack. Wuhu. Was ist das? Ha, wir haben bald alle Teile. Ja. Von dem? Eine Doppelbattreise. Ich habe das noch gar nicht gelesen. Neck kann doppelt so viel Sonnsteinenergie ansammeln und mächtige Supermoves entfesseln. Na, also. Na, geht doch da rüber. Batman. Oh, man. Aua. Wuhu. Die habe ich nicht gesehen. Ne, 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 ne. Ach ja. Au. Ich musste niesen. Ich musste niesen. So. Gibt's hier noch irgendwo was? Nein. Außer zwei Leuchtsteinchen. Glaubst du, das hält mich auf? Noch eine. Da haben wir noch eine Lampe. Wie lange muss ich noch aufnehmen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, vorletzte Folge, glaube ich. Oder letzte. Halt. Nein. Hä? Was ist denn hier? Verstehe ich nicht. Da muss die Mauer repariert werden. Ich bin nicht schuld. Ist mal wieder Erholung nach, ich sag mal, nach den Robotern jetzt endlich mal wieder. Oh, ist das schön. Beschütze meine Stadt. Ich mache alles kaputt. Noch größer. Denker. Oh, da. Och, ne, keine Panzer. Halt, da sollen ja meine Kumpels. Ich muss erst mal alles kaputt machen. Noch einen. Was machst du da? So. Alter, da ist auch noch einer. Nein. Nein. Ryder, nur so eine Frage. Wenn du einen Panzer baust, hätte dir dann Heckflossen? Nein. Dann sag mir, was geht hier vor sich? Kommt dir das nicht alles irgendwie bekannt vor? Charlottes altes Auto? Ganz genau. Es ist, als ob jemand Charlottes alte Entwürfe kopieren würde und sie fürs Militär umbaut. Noch ein Rätsel, das wir lösen werden. Mit Gandaha. Gehen wir weiter. Kaputt. Oh, hey. Ihr Niggers. Ich darf nicht so oft Nigger sagen. Das ist scheiße. Ich bin kein Rassist. Gar nicht. Nein. Nee, bin ich wirklich nicht. Ihr seid voll die geilen Typen. Hey, guck mal, wer da. Eieieieiei. Digga, deine Schraube ist locker. Oh, der hält ja noch was aus. Ich dachte, der ist jetzt vorbei. Oh, da muss der Maurer mal ran. Hoppla. Oh, Delikte. Da kann man alles kaputt machen. Höhöhöh. Super, jetzt zerstört alles. Ah. Ui. Ey, 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 ey. Ganz ruhig. Mit Stein wird nicht geworfen. Man kann sich sonst... Man verletzt sich sonst noch. Oh ja, Maschinen. Relikte. Ganz ruhig, Alter. Ich gucke immer links und rechts, ob da irgendwas ist, aber da ist nichts. Au. Hey, Leuchtschein. Und noch ne Maschine. Ich lass mich... Ich weiß nicht. Nein, ich schaff das nicht. Ach, hier sind wir wieder. Super. So läuft das hier. Uah, Neckstark. Eilgol, ich brauch Eilgol. Wo ist mein Eilgol? So. Eieiei. Ich glaub, so läuft das. Wenn ich mich konzentriere, funktioniert das einigermaßen, aber ich kann natürlich auch dann nicht labern. Gacke. Alles scheiße. Alles. Was ist mit der Stimme heute los? Die ist total am Arsch. So viel gesoffen, oder was? Nein, hab ich nicht. Nigga. Entschuldigung. Bro-Fist. Nein. Voll die Aggro. Voll die Aggro! Oh, na endlich. Spiel wieder ich. Ich. Dein Einsatz ist lobenswert. Aber irgendwann kann man auch einem Haufen Metall und Steine nicht mehr Schaden zufügen. Ich stelle sicher, dass das nächste Treffen mit Gnack sein letztes ist. Du könntest Hilfe von den Jungs aus der Forschung und Entwicklung brauchen. Komm mit. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Was mich ärgert ist, dass er mich nicht nur überwältigt, sondern ausgetrickst hat. Nichts, was Großkaliberwaffen nicht regeln können. Liebling, du verstehst es, eine Frau zu trösten. Ich wünschte bloß, wir könnten irgendwie diese Tür öffnen. Na, was das angeht, habe ich uns Hilfe besorgt. Willst du mehr darüber erfahren? Liebling, ist das jetzt... Ich bin verwirrt. Ist das jetzt seine Assistentin? Oder Frau? Gott, die Brücke ist stabil, die muss mal repariert werden. Bro first! Oh. Oh, du Neger. Entschuldigung, ich... Ah! Ich muss aufhören damit. Es ist echt nicht böse gemeint. Gar nicht. Habt nichts gegen euch, ihr seid voll geil. Voll die Bros. Ich kenn selber einen. Panzer. Au. Nochmal. Panzer kaputt. Und ich war es nicht. Mann, wo sind denn nächstes Special? Oh, ich muss hier einfach nur umlaufen. Ah, das geht auch. Maschine! Alter, was für ein Leuchtstein da an der Seite ist. Weg ist er. Ich wollte mich nur ankündigen. Na los! Nehmt es mit! Nehmt es mit! Hier! Köder geschluckt. Jetzt können wir ihn nach Hause folgen. Clever! Clever! Gentlemen. Überlass den Rest mir. Wir zählen auf dich, Großer! Jo. Das machen wir aber, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge. Und dann gibt's hier Action! ofch honn. Da.